Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Don't Starve Together, natürlich, mit dem Krieren. Hallo Yogi. Hallo, dem alten Spinnenkopf. Ja, ich wüsste trotzdem gerne, was mir HP bringt. Ja, das wäre definitiv von Vorteil. Ich bin gerade am Holz sammeln, oder ich fange gerade an. Ja, ich, oder auch ein bisschen Holz, ja. Ja, einfach, weil ich habe keine Rüstung mehr. Und wir haben auch nicht so viel Holz. Ich meine, du könntest dann auch mal gucken, ob du nicht ein Mäuerchen bauen möchtest. Ein Steinmäuerchen. Ja, ja, die letzten Male habe ich das immer gemacht. Ich habe gedacht, heute überlasse ich dir mal das Mauern. Aber ich bin kein Trump. Ja, das ist okay. Hey, warte, ich muss ganz kurz dieses Viecher töten. Du sagst, du scheiß Katze, du. Ja, weißt du, du hast ja hier Crock-Pot-Rezepte bekommen. Weißt du, ob da irgendwas dabei war, wo man sagen könnte, es gibt gut Leben, oder? Oh, da wurde was geschrieben, jetzt wo du es erwähnst, ja. Ich werde mal ganz kurz hier dann ein Feuerchen machen. Ich weiß halt nur, die Spider-Clanes, dass man mit denen die Heilsalbe machen kann. Ich werde mal ganz kurz raustappen und ganz schnell das entsprechende Kommentar rausholen. Ich wollte es dir ja eigentlich auch vorlesen, bevor wir loslegen. Ja, hast du nicht gemacht. Ja, weil ich davor noch am DVD-Zocken war mit einer amerikanischen Streamerin und dann ein bisschen der Zeitdruck kam, hatte ich das vergessen. Aber ich mache das jetzt einfach mal nebenbei. Mach das mal. So, ganz kurz hier checken. Vielen Dank an Dr. Eisenstein für den Tipp. Oder für die Tipps, genauer gesagt. Und zwar, mit der F-Taste in der Nähe werden befindliche Feinde angegriffen. Das haben wir schon gemacht. Man kann Eis im Kochtopf verwenden. Dreimal Eis, einmal Fleisch, ergibt Meatballs. Man kann auch Monster-Meat verwenden. Nie mehr als einmal Monsterfleisch im Kochtopf, sonst wird was Schlechtes. Die Frage ist, ob schlecht für mich gut ist. Das könnte natürlich sein. Seit dem neuesten Update gibt es ein Bunnies-Do, ein Mosel und drei Eis. Braucht man dafür, gibt gut Leben. Wir brauchen also Eis. Sehr gut. Ich habe nur noch 24 HP. Ich habe noch 47. Oh, das brachte mir ein HP. Nein, ich will nichts pflanzen. Es wird jetzt versucht, was bringt mir HP. Ich bin bei 25. Oh, du isst das nicht. Das möchte ich jetzt nicht haben. 26 gibt mir auch ein HP, aber wir haben kein Feuer. Ja. So, erstmal ein paar Birken pflanzen. Ja, ich ess die. Erst die Birken? Ja. Ja, ich habe noch so viel anderes und Holz ist auch gut. Also wir sollten vielleicht mal nach Eis gucken. Das ist wohl nicht so blöd. Ich werde langsam insane. Warum ist hier... Ah, das ist eine Dekoration. Ja, ich weiß nicht warum. Aber ich bin bei 56 nur noch. Ich habe die Hälfte verloren. Ja, hast du keinen Blumenkranz auf dem Kopf? Nee, ich habe den Helm. Du siehst doch meinen Helm, oder nicht? Ja, doch. Den sehe ich. Ja, aber bringt er dir... Also du brauchst irgendwas, was dir tagsüber Sanity gibt. Dale Reds Group. Ich werde mal ein paar Steinwände vorbereiten. Du könntest auch eine Chemistry-Maschine machen. Nee, eine Alchemie-Maschine. Die bringt dir auch Sanity, wenn du die herstellst. Okay. Das ist eins, nehme ich an. Genau. Dann haben wir die nämlich auch schon. Die haben wir nämlich noch gar nicht. Ist mir gerade so aufgefallen. Ja, wir brauchen dafür aber zwei Doudats. Und für die Doudats brauchen wir Stein und Gold. Ja, das sollten wir doch eigentlich mal hier, ne? Ja, da ist nichts drin. Ich habe vier Gold. Das ist doch schon mal am Anfang. Ja, würde reichen für das. Danke. Bitte. So, we finen. Und ich brauche Cutstone. Davon brauche ich jetzt mehr. Warte, ich würde dir auch einen Cutstone herstellen. Einfach, damit ich einen Cutstone gemacht habe. Ich gebe ihn dir auch gleich hier. Ja. Dann mache ich zwei Doudats. Oder willst du auch einen Doudat draus machen? Ja, würde ich tatsächlich auch einen Doudat draus machen, weil dann habe ich das freigeschauen. Aber wobei, das muss man, glaube ich, nicht mehr... Doch, doch. Schalten wir es mal frei. Dann kriegst du hier einen Doudat. Danke. Bitte schön. Dann brauche ich Alchemie-Maschinen. Dann brauche ich zwei weitere Steine und vier Holzbretter. Alles klar. Ich habe hier immer noch ein Foliage. Ich weiß nicht mal, was das ist. Hast du zufälligerweise noch Holz? Ja. Hier. Danke. Wie ist denn dein Hungergefühl? Ich bin gesättigt. Ich habe noch drei Kürbisse, die... Nee, ich habe 29 ab E. Aber jetzt brauche ich auch die Alchemie-Maschine nicht mehr machen, weil meine Sanity wieder auf 91 gestiegen ist durch das ganze Craften. Ja, ist doch schon mal ein Anfang. Ich tue dann die Sachen für die Alchemie-Maschine einfach mal in eine Kiste, weil... Oder brauchen wir die aktuell? Nö. Also ich... Du, ich weiß eh nicht für was, ne? Hier war doch irgendwo ein Wurmloch. Lass mal... Ich gehe mal auf Reisen, glaube ich. Du, was nicht weißt, ist jetzt nichts Neues. Eben. Tschüss. Tschö. Was finde ich denn hier schönes? So. Structures. Ihr Mann, hier sind Steinwände. Stonewall. Jawohl. Ah, hier war ich schon, so wie es aussieht. Cutstone. Ah, wie ist... Kann es sein, dass wir hier durch dieses Loch tatsächlich... ...gekommen sind am Anfang? Ich weiß es nicht. Aber gut, hier war ich noch nicht. Hier kann ich ein bisschen was... ...erkunden. Ich muss nach der Episode mal kurz googeln, was ich essen kann, damit ich HP aufbaue. Gar kein Problem, weil dann kann ich mir neuen Kaffee holen. Weil, ähm, ich würde gern irgendwas haben, was mir HP gibt. Hier verstehe ich jetzt nicht direkt, aber ja. Downwall. Oh, ich brauche die Alchemy Engine, um überhaupt die Steinwände bauen zu können. Ja, ja, okay. Dann baue ich mal die Alchemy Machine. Ja. Ich sammle mal ein paar Blümchen, damit ich mir wieder einen neuen Hut machen kann. Tut mir leid, Bienen, es hat sich ausgeblumt. Tja. Wir können auch dann, wir sollten dann auch mal gucken, ob wir nicht irgendwie Befestigungsanlagen mäßig besser uns aufstellen können, was, keine Ahnung, Fallen um unser Gelände rum geht und so weiter. Ich meine, wir haben ja letztes Mal bei diesem Zyklopen gelernt, äh, da kann man einfach wegrennen scheinbar. Der hört dann irgendwann auf, einen zu verfolgen. Ja, soll man machen und der kommt immer am 30., hat auch der Eisenstein gesagt. Ja, ist doch schon mal gut zu wissen, ne? Ich verbrate gerade alle Steine, die ich habe, in Steinwände, also. Ich habe noch sechs Steine einstecken, weiß aber auch nicht, für was wir Steine gebrauchen könnten, also daher. So, wie wär's denn mit ein paar Beefelos hier? Da ist ein bisschen Stein, den nehme ich mit. Ja, jetzt brauche ich Steinwände. Ich meine, was dir auf jeden Fall wahrscheinlich Leben bringt, sind Mantrakes und ich meine mich zu erinnern, wenn man von uns aus im Süden runterläuft, auf dem Weg, hätte ich welche gesehen. Sollen wir gleich ein bisschen größer planen, was die Wände angeht? Ähm, ja, das ist halt die Frage. Planen wir größer und machen alles rein oder planen wir kleiner und lassen ein paar Sachen auch draußen? Also, ich finde, größer finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Gibt's denn, weißt du, ob es so Spieße gibt oder so? Ich nehme an. Woodfence, Minigate, Stein. Sollten wir vielleicht, ähm, an jeder Seite ein Gate machen? Finde ich, ist an jeder Seite die Idee. Nee, ich finde, jede Seite eins ist gar nicht so schlecht. Eins breit reicht. Ja, okay. Ähm, weil das fand ich letztes Mal, als ich das... Uh, Beefelos. Gebaut hab dann ein bisschen blöd, dass man halt nur auf einer Seite rein konnte und wir ja doch von allen Seiten gekommen sind. Ah, hier ist schon mal ein Tombstone, ein Touchstone. Und da sind noch Beefelos, das finde ich sehr sympathisch. Jetzt muss ich daran denken, dass ich das zweimal rumgedreht habe. Also, würdest du mich verarschen? Naja, wenn du so fragst, ne? Also, äh, nein. Oh, hier ist noch ein Wurmloch, okay. Nein! Ich hab nicht verbaut. Ja, wartest du bis Tag 30, dann kommt der Kollege und reißt das ein. Gar kein Problem. Ach, das finde ich jetzt doof. Dass es hier nicht gleich aussieht. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Eingang, dann hier. Ich bräuchte jetzt, wie ich es früher, bei den ersten Alphas von... Ähm... Ja. Wie sagst du mir? Seven Days to Die war. Ja, danke. Dass du erst mal siehst, was du hinstellst. Ja, nicht nur unbedingt das, sondern auch, dass du, ähm... Einfach die... Die Kanten siehst, wo du etwas bauen kannst. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, nee, ne? Du weißt es nicht oder bist kein Fan davon? Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher. Du meinst, dass so die Kanten angezeigt werden, wo es hingebaut wird, oder was? Ja. Ja, doch, das ist... Das ist durchaus eine nice Sache. Muss ich hier, damit das symmetrisch ist, muss ich hier eins hoch geben. Und deswegen muss ich jetzt hier... Deswegen wird es nicht mehr symmetrisch, weil ich da Kack gebaut habe. Scheiße. Ja, lässt man den Quillen einmal Mauern bauen und dann sowas. Ja, ich bin halt gegen Mauern. Ja, okay. Man muss ja auch mal ein paar Mauern einreißen. Verstehe ich ja. So, Woodfence. Nein. Äh, Gate. Moonwalkroad. Wardrobe. Beefalo Grooming Station. Uh. Können wir sogar bauen. Wir haben zwei Beefalo... Dinger. Können wir die dann scheren? Rabbit Hudge. How does a giant rabbit and all his stuff... Ja, bei dem bin ich nicht so sicher, ob das so geil ist. Nee, pass. Birdcage. Wo hast du denn die, ähm... Wo hast du denn die, 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 das Tor? Äh, und das... Ah, Woodgate. Genau. Ja, wir sehen. Woodgate. Es gibt ja auch noch so ein, so ein Holz, äh, Zaun mit so Spitzen obendran. Den könnten wir vielleicht danach noch bauen. Ich hab keine Ahnung, ob das Sinn macht. Oder ob der einfach nur eine schlechtere Mauer ist. Ich würd sagen, es ist eine schlechtere Mauer, weil er unter dem... Du fängst an mit Holz, dann hast du Heu, dann hast du Holz, also festeres Holz, dann hast du Steiner und Moonstone. Oh, da oben die... Moonstone. Na gut, ich mein, gegen so einen Elchtypen hilft das halt eh null. Ja. Oh, by the way. Dunkel. Ich verliere HP. Warum? Weiß ich nicht. Ich hab noch vier HP. Ist dir zu heiß? Nee, eigentlich nicht. Zu kalt? Ich werd jetzt mal so ein Pumpkin kochen und essen, der da rum lag. Ja, der ist gut. Also der bringt auf jeden Fall Nahrung. Er brachte mir acht, ja er brachte mir acht, äh, acht HP in meinetwas. Oh, dumme Idee, dumme Idee. Hast du jetzt schon wieder gemacht? Hab gedacht, hey, ist eine gute Idee, ich renne hier mit Fackel rum und ernte Gras und so weiter, dann könnte ich ja auch mal die Achse in die Hand nehmen und einen Baum fällen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich weiß, hab ich auch gedacht. So, ich brauche, äh, vier, wir brauchen vier Gates, eigentlich brauche ich fünf Gates, weil irgendjemand hat ja Scheiße gebaut. Mhm, 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 mhm. Ich weiß nicht, wer das war. Oder wir schließen die linke Seite einfach ab, richtig, aber das ist dumm, weil das Richtung unserer Bären wäre. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Oh, hier ist ein Gratis-Gold. Zwei Wood Planks und ein, das, okay, also, nein, das würde ich nicht, ich will das hier. Ah. Das habe ich aus Versehen, das gemacht. Na, egal. Wie, also verlierst du weiterhin Leben eigentlich, oder wie sieht's da aus? Ne, ich glaub, das war, weil mich vorhin ein Katzenviech angegriffen hat. Ach so. Und ich nicht mitbekommen habe, dass ich nur noch viel HP hatte. Ah ja, das kann natürlich sein. Ich bringe auch nochmal Stein mit. Wir haben Gubbelgubbel zu spät. Ich hab's schon geerntet, du trägst Gubbelgubbel. Eventuell dann Holz, aber um unser Dinger rum, oder? Da dürft ja Gubbelgubbel nicht rein können. Ja, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Der Sack hat uns gegubbelt. Ich meine, wir können, wir können auch, äh, keine Ahnung, der zweite Stein war, Handwand noch machen, oder den Gubbelgubbel einfach standrassiglich schießen. Also ich meine, wenn der da rumrennt. Ich finde das nämlich nicht so okay. So, ich brauch Bretter. Ähm. Ich glaub zwei pro Teil. Ich hörte gerade hartnass. Ja, ich auch. Aber ich hab noch nicht den negativen Effekt des Nasswellens kennengelernt, daher. Protect us, tree. So. Wo bin ich denn aktuell? Ah ja. Da unten ist nochmal so ein schöner Birkenwald. Und da wird's ja auch direkt schon wieder trockener. Oh, Bären. Ich nehm jetzt mal keine neuen Bärenbücher mehr mit. Nee, wir haben aktuell ein paar. Eben. Und, äh, selbst wenn, also ich hab jetzt fünf Kacke einstecken. Selbst wenn, bräuchten wir, glaub ich, erstmal noch mehr Kacke. Um da was reißen zu können. Jo. Oh oh. Geh weg, du Katzenviech. Du könntest mich aktuell töten. Können wir eigentlich irgendwas mit Nitrit oder Nitrat machen? Weiß ich nicht. Also Nitre? Nehme ich jetzt einfach mal an, dass das... Ich, äh, es würde Sinn machen, wenn man daraus was machen kann, aber ich weiß nicht was. So Sprengfallen oder so fände ich ja ganz geil. Ah ja, hier gibt's den Verbindungsweg rüber, da muss man nicht die... ...den Dings nehmen. Ich hab ja schon überlegt, ob ich einen Wald abfackele, dass wir ein bisschen Kohle bekommen. Ah, hier ist ein Sumpf, auch schön. Gibt's hier vielleicht was Gratis in dem Sumpf? Ja. So, und hier... So, hier wohnen ein paar Schweinemänner. Guck mal, Schweinemänner. Ja, und im Süden sind welche, das hab ich gewusst. Weh, du kackst nicht, wenn ich dir Samen gebe. Was soll denn das jetzt? Mach mal ein Häufchen, komm. Okay, Samen bringen ihm nichts zum Kacken. Tja, zu spät, Gubbel. Ah, hier sind auch ein paar Gräber. Hihi. Ich hab zwei Schweinekeulen. Jetzt dann 160. Toll. Das Hühnchen, das gebratene Drumstick bringt mir zwar 2 HP, aber ist halt auch nicht die Welt. Nee. Aber ich glaub generell, dass es kein Essen gibt, was dir krass HP gibt. Wir könnten halt auf Spinnenjagd gehen für Spider-Clanes. So leid mir das tut, ne? Aber, äh, wir müssen unter Umständen deinen, ja, oder weniger Verwandten, also ich mein, ihr seid euch ja auch nicht so nahe Sterse, ne? Das finde ich jetzt nicht so, nicht so tragisch. Ich hätte hier aber auch noch zwei, zwei Meats. Ich hab Meats, aber die bringen mir keine HP. Äh, wir brauchen auch gar nicht vor dem Zyklopen wegrennen, wir haben eine Palmflöte. Stimmt, da war ja auch irgendwas mit dem, ne? Ja, du hast gesagt, dass man die, äh, wohl nutzen kann. Ja, das werde ich vor dem 30. vielleicht nochmal nachlesen, aber, äh, hab ich gesagt. Ich glaube auch, dass, äh, die Episode langsam Richtung Ender Night... Na, zwei Minuten haben wir noch. Na ja, dann. Oh, ist ja auch ein Wurmloch. Ja, Maul zu, Wurmloch. Ich könnte noch ein paar Bäumchen fällen. Uh, da komm ich nach Hause und hab ein schönes Zuhause hier. Ist klein, aber fein. Ich hab auch noch so ein, so ein Wollding sonst mitgebracht. Ein Bifelobool. Wenn du willst, kannst du die letzten zwei, äh, Tore da links hin machen, damit du auch das Tor gelernt hast. Naja, das ist eine Idee. Was brauche ich denn für ein Tor wahrscheinlich, äh... Seil und zwei Holzplanks. Zwei gleich, Bruder. Jetzt lege ich denn dafür mal raus, den Papyrusnitrat, da weiß ich eh noch nicht, was es ist. So. Das ist doch Nitrit, kein Nitrat, oder? Ich, Nitre, ich weiß es nicht. Könnte Nitrat sein, könnte Nitrit sein. Ich bin mir da nicht so sicher. So, Blanks habe ich gemacht. Structures und, äh... Moment, falsches Ding. Schild möchte ich nicht machen. Alter, wo ist denn das? Ah, Alchemy, ne? Ah, Seil fehlt mir, ja gut. Hast du nix. So, ich habe ein Seil. Guck mal hier, ich fülle mal dein Inventar auf. Äh... So. So. Oh, seh nix. Dunkel. So, ich habe es natürlich auch ganz professionell nur hier hingeschmissen. Ist halt jetzt nur eins, ne? Ja, kannst du noch ein zweites machen. Ja, oder ein Mäuerchen. Ja, ich würde hier so oder so noch eine Tür... Ja, wenn du aber ein Mäuerchen hier machst, ist es nicht mehr symmetrisch. Ach so. So, das heißt, du hast hier drüben auch doppelt. Nein, das ist eine Tür. Hier drüben ist es nicht symmetrisch, weil hier, äh... eins rausgerückt ist. Deswegen habe ich hier das ein bisschen anpassen müssen. Wir haben so eine Art kleinen Erker, würde ich sagen. Aha, 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 aha. Ja gut, das macht ja durchaus Sinn. Aber was auch Sinn macht, ist, dass die Folge vorbei ist. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, bleibt gesund und... Bye, bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.